Hallo, ich bin der Salz-Eure-Mann, der sich so gut durchfressen kann. Ich singe dir ein Geburtstagslied, es ist schön, dass es dich gibt. Werbung Eine unglaubliche Geschichte. Ein Mann, immer auf der Suche nach dem Besten. Ein Leben auf der Überholspur. Immer weiter, immer höher und immer tiefer. Heißer als Volker Bouffier. Damit sind wir gut unterwegs. Ehrlicher als Heinz-Christian Strache. Ihr habt die Konsequenzen gezogen, obwohl ich nichts angestellt und angerichtet habe. Und vitaler als Ricarda Lang. Wie schaffen wir mehr Berührungspunkte mit dem sozialen Bereich? Der Pilot auf großer Pirsch. Jetzt nur im Kino. Leiden Sie auch an täglicher verstopfter Nase. Ist Ihre Stimme auch immer so ein wenig belegt? Dann probieren Sie jetzt. Ceterezin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ein Macher. Seine Legende. Und sein Vermischtnis. Nie jetzt. Seine neue Autobiografie. Jetzt im Handel. Und gerade erst dazu beim Kauf eines neuen Teslas. Big Elon. Ist der Rücken geschwollen und liegt ein leichtes Schleudertrauma vor. Dann hilft. Ibuprofen 600. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder Freien in den Arzt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Keine Sorge. Wir kaufen auch Ihre Schrottautos. Sei es der BMW 1a vom unverschuldeten Auffahrunfall. Oder die austherapierte Mercedes B-Klasse aus der Ofenstadt Felgen. Melden Sie sich jetzt kostenlos an bei Ich guck dann auf den Opferpunkt D. Über 3 Millionen Menschen in Deutschland sind abhängig von Gesundheitspillen. Schämen Sie sich nicht. Diese Sucht ist behandelbar. Lassen Sie sich helfen. Ihr Gesundheitsminister. Scheiße, die Schraube passt nicht. Scheiße. Das passt. Komm mal her. So, siehste. Prima. Sitzt fest. Kai, der Schraubendreher. Die zweite Staffel. Ab heute 22.30 Uhr exklusiv auf Radio Ucki. Das Radio für die Metropolregion Uckermark fest. Radio Ucki. Danke für Ihr Vertrauen. Nach den Erfolgen von Jetzt kommen wir nicht durch. Jetzt haben wir die Baustelle abgeschafft. Und Dritter Keule Kommt nun der dritte Streich. Die Outtakes. Die, 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 die Outtakes. Erleben Sie 5 Stunden unglaubliches, bisher unveröffentlichtes Archivmaterial vom Künstler und seinen Gästen selbst verzapft. Was verzapft? Verzapft. Unter anderem mit Der Einsatz für die Geschlechtergerechtigkeit. Nein, ich bin richtig gut. Eine unglaubliche Harmonie. Nee, ist schlecht geschrieben, Jannis. Und Das perfekte Timing. Da musst du eh mal sprechen in der Ruhe. Die Outtakes. Ich hab's dir grad vorgestellt, als Ossi. Du guckst am Auto. Nein, so viel sind wir nicht. Utopie des Tages wird Ihnen nicht präsentiert von Bernhard bei Wien. Die Geschäftsstelle vom Krankenhaus Köpenick lässt verkünden. Die Fahrräder sind sicher. Der Fahrradkäfig wurde überdacht und dem Sicherheitssystem und Pförtner entgehen nichts. Und jetzt kommt gerade Überbrieftaube? Überbrieftaube? Eine Nachricht ins Studio geflogen. Da würde ein Student gerne zum Geburtstag gratulieren. Ja, das lese ich aber nicht vor, weil Studenten sind unrelevant und Stadtschmarutzer. Erwebber? Erwebber话